Ja, hallo Leute, willkommen zu Quizdits Austria, also Österreich Version ist das hier, aber nur in Englisch. Ähm, dieses Spiel kostet gerade 2,59 Euro, es ist heute rausgekommen. Ja, wie die ganzen Quizgames, äh, das hier ist jetzt die Standardversion, 21 Trophäen, mit einer Platin natürlich. Wir müssen 105 Falsche, 105 Richtige Antworten beantworten, äh, ganz das Spiel kann gesteckt werden in PS4, PS5, EU, US, Japanische Version und Asien Version, also ganze 8 Stacks möglich. Ähm, wie spielen wir, ja, wir müssen wieder X und Kreis abwechselnd zippeln, irgendwas davon also richtig und falsch sein, man sieht's an den Punkten. Wir müssen auch 1000 Punkte dabei erreichen, das kriegen wir hier relativ schnell. Und, ja, Platin sollte eigentlich innerhalb von mindestens 2 Minuten erscheinen, wenn man schnell ist, so ganz nur 1 Minute. Und, ja, sehr, sehr schnell, noch nicht mal 1 Minute. Ja, dann soll ich mal bis zum nächsten Mal.